Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, Bildung. Wenn ich höre, in den Schulen wird Schreiben nach Gehör gemacht. Also dieser ganze Wahnsinn, diese ganzen Reformchen, diese Gendergeschichte, Gendersprache. Also die Leute kommen gar nicht mehr an die Disziplin zu lernen, lernen zu lernen, wozu lerne ich. Der Bildungsgrad ist dermaßen abgesunken, so nach unten nivelliert, dass wir eigentlich gar keine eigenen Spitzenleute mehr produzieren in den Hochschulen. Und das kann es ja nicht sein. Und da sagen wir, wir brauchen eine bildungspolitische Wende um 180 Grad.